Hallo, mein Name ist Shirin Donja, ich bin freischattende Künstlerin und ich möchte euch heute anhand von diesem Video zeigen, wie dieses Gemälde hier entstanden ist. Viel Spaß dabei! Da es sich jetzt hier bei dem Gemälde um das Media Acryl Gemälde handelt, habe ich das schon mal vorbereitet, mit verschiedenen Farbflächen, ein bisschen Struktur, wahllos beliebig. Und jetzt geht's los! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017